Hast du gesehen? In Australien ist es jetzt obligatorisch, ein Haus-Kanguru zu haben. Das ist doch verrückt. Wirklich? Glaubst du, das sei wahr, weil das in einer Zeitung geschrieben ist? Ja, das ist recht. Es sollte eine App geben, die die Fake News erkennt. Hab die Zeitung. Die Erde ist flach. Schon fertig? Ja. Ich probiere es, oder? Das ist eine Fake News. Weiss. Es funktioniert? Ich weiss. Dafür brauchen wir keine App. Ja. Hast du das gemacht? Das ist wunderschön. Hast du ein Talent? Das ist eine Fake News. As im Talent? Das ist eine Fake News. Das ist ein Talent.